die splitter der kugel der dominanz überziehen die oberwelt weiter mit unheil und das stellen auch diese zerklüfteten berge keine ausnahme dar tosende stürme erschweren den aufstieg zum gipfel und wenn der splitter nicht zerstört wird werden diese naturgewalten bald alle hoffnung für die welt hinweg wegen ist okay ob sorry schafft das wollte ich eigentlich gar nicht egal egal ja das sieht aus als wir uns wegblasen wenn wir nicht aufpassen ja eindeutig ja allerdings shit da komme ich jetzt nicht mehr hoch b da drüben ist nichts cooles ja bitte wo was mache ich denn das wollte ich doch gibt es mir war 1 1 1 1 bleib halt hängen so okay cool es nein ist eine backziege ist okay aber trotzdem wollte ich nicht umbringen okay ja der wind ist ganz schön heftig hier oben oder und hier scheint es auch nur bergziegen zu geben wie es aussieht dann gucken wir uns doch erst mal ein bisschen um ob es da war schon wieder so eine ziege dabei egal die werfen mit schneebellen fast es nicht jedenfalls müsste es hier definitiv besseren gier geben hängen ins fressi rein hallo nicht einfrieren bin ich vielleicht ein bisschen zu stark habe ich das nicht auf schwierigkeitsstufe 7 ich glaube schon aber irgendwie na gut ich bin gespannt ja hey yes was was wollen wir die feine sagen du kannst überall lang gehen danke tschüss rau hey stärketrank yeah die ziege weggebasht okay hier geht es erstmal nicht weiter da auch nicht okay what am i hearing hey hang jawohl yeah komm kommen sie okay okay es sind wenigstens mal gegner dabei die mehr als einen hit vertragen okay das hat sich geöffnet aber die anderen da nicht ne doch alle okay cool fangen wir da erstmal ach ne hier geht es weiter zu die höhle dann erforschen wir trotz all dem erstmal das andere lama immerher damit kann hang ja das war sinnfrei hang hang aha kiste ah das war's okay cool hop so dann erkunden wir dann nochmal die andere richtung ach ja doppelwirbel great sponzie oder sehr wohl die creeper typ immer noch nicht fertig gibt es doch gar nicht yes gut das war das und ich glaube unten war noch was oder was sich jetzt vielleicht geöffnet hat mit glück jetzt mal im ernst kamen wir hier nicht her doch ja aber da ist nichts mehr na gut daneben nisch jetzt gehen wir in die richtung näh ich höre euch ich könnte mir ja bei gelegenheit eigentlich mal die caster klasse angucken aber nein ich glaube so macht es am meisten bock für mich zumindest trefft auch nichts oder hey okay okay du schon zack öffne den höhenpass das wie ich das mache ich nicht okay oh Gott caster nein denied gut das ist der weg den müssen wir erstmal öffnen schauen wir mal messy bleibt messy ja gut das lässt sich bei dem game aber tatsächlich auch gar nicht vermeiden fast nichts wird nicht gekastet bist ja Gott nicht schon wieder da open so sieht's aus du auch noch hang alles klar was ist das wusstest du es der der open wahrscheinlich ja komm mal da hang dann nein alter wo komme ich jetzt raus wow ja gut bisschen weg gespart hätte ich trotzdem nicht runterfallen müssen ne ah ne das hat nicht öffnen warum hast du nicht öffnen weil es hier noch weiter geht sehe ich schon na komm das stimmt das inventar war deutlich größer bei Witcher logisch aber bei Witcher hat sich sehr 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 schnell sehr zugemüllt äh alter komm her ich so na erkunden sie die Höhle oh ja okay noch jemand jawohl komm her the creeper insta death okay the kampfstab lol aber bevor ich jetzt die Hunde äh die Hunde die Höhle erkundet machen wir noch ein bisschen Party yeah okay vorbei Party over nein doch nicht okay jetzt aber mh bien jo alles klar da wollte ich eh hin danke puff au und rin komm rin mit diesem Wind muss man halt echt mal ein bisschen aufpassen not sure just a little bit wo ich glaube hier ist es jetzt gerade mal nicht so schlimm what are them sounds give him aye come here schatztruhen piggy wow what the fuck okay die Höhle komm mage die piece of shit no hat der Darth Vader gemacht es geht wind irritiert ja überhaupt nicht wie komme ich denn da hoch oh no oh no 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 ah da toll ist der Creeper runtergefallen ich fasse es mit komm her du Sack ah okay alles klar now I see go what the hell alles klar so got him da war es auf der anderen Seite lolololo Lulululul, komm herr. Yarr, yarrr. Filthy liars, komm herr. Immer her, damit. Won't open, come on open. So sieht's so aus. Oh, ja, nice. Das sollte ich vielleicht im Hinterkopf behalten, dass ich hier nicht einfach so da drüber pinne. Okay, cool. Ah. Oder doch, weil ich's kann. Na gut. Hey, hey, hey. I'm going to explode. Pff, ich russ hier voll auf dem Eis rum. Scheiße. Okay, cool. Dann fangen wir da erstmal hier an. Spiel doch nicht runter. Ja, super. Gibt's hier auch noch was zu holen, oder? Eher nicht. Vielleicht eher nicht. Oh, wow. Das sieht gar nicht gefährlich aus. Ich seh mich schon komplett herunterfallen. Kampfstab aufgehoben. Ja, vielleicht muss ich jetzt mal ein bisschen rufeierlese sein. Ja. Dude, draufxe Therap waarzyσ gab es damit bis zum Schluss. Vielen Dank.